Hallo meine lieben Kreativlinge. Ja, ich möchte das schnell noch aufnehmen, weil dann hole ich meine kleine gleich ab vom Kindergarten und dann gehen wir Eis essen. Also wir haben heute den 2. August, es wird wahrscheinlich am 4. August online kommen, aber das ist ja egal. Und zwar die Kärtchen von der Jessie vom Kanal und Shop Papiereckchen aus dem Monat Juli. Und wir fangen an. Ich habe mir 31 Karten aus dem Karton rausgesucht, so querbeet einfach mal. Und ich bin dann mal gespannt, was ich darin finde. Och, die sind ja putzig. Schönheitsschlaf braucht jeder. Ja gut, bei mir nützt er nichts mehr, aber das ist ja Ansichtssache. Box dich durch. Ja gut, ich boxe mich wirklich durch mein Leben durch. Also die passt ganz gut. Manchmal ist es echt so, oh, der ist putzig. Viele liebe Grüße. Der ist echt süß. Ich glaube, der ist von Mama Elephant. Ich glaube, den Stämmel brauche ich auch. Oh, der ist von Klee-Liebe-Sorted. Die habe ich auch. Die sind süß. Wenn man immer so die tollen Kärtchen sieht, dann möchte man am liebsten alle. Zum, zum, zum. Ja. Da möchte man immer am liebsten alle Stempel haben, aber das geht halt nicht. Oh, Party-Animal. Ein kleiner Löwe. Ich glaube, der Stempel ist von mir. Ich bin mir nicht sicher. Aber cool, mit dem Hintergrund. Oh, der Hintergrund ist auch cool. Das ist mit Nouveau-Schimmer-Pouders gemacht, schätze ich mal. Und die Bienchen sind auch cool, ne? Obwohl es auch Wespen sein können. Wespen. Die Aar-Löcher der Viecherwelt. Also der Insektenwelt. Sehr süß. Ich habe noch keinen Geburtstag. Dauert doch tatsächlich ein bisschen. Ja, ich hasse Wespen. Nicht nur, weil ich allergisch drauf reagiere, sondern auch, weil die einfach aggressiv sind. Oh, du bist ja putzig. Auch eine coole Idee. Ja. Pailletten halten auf jeden Fall. Auch sehr süße Kattie. Ah, der ist ja cool. Der ist ja cool. Der ist echt genial. Oh, geklebt. Der hat geklebt. Okay. Nouveau-Drops. Eine ganze Bienenreihe hast du davon gemacht. Da, da und da. Und noch eine. Jetzt habe ich jetzt die ganze Bienenreihe erwischt. So schlimm. Ja, so schlimm. Mit meine kleine Pupst kann man den Raum verlassen. Das hat sie von ihrem Papa. So, jetzt habe ich alle blamiert. Jetzt wird es warm. Ich nehme das Video jetzt am 2. auf und ab morgen, also ab Mittwoch quasi, soll wieder die Hitzewelle kommen. Puh. Kuschelzeit. Oh. Ja, sehr süße Idee. Mit der, mit dem Hintergrund. Ah. Sehr cool. Das Papier ist süß. Mit den Spinnen und den Glubschiaugen. Passt perfekt zusammen. Oh nein. Oh nein. Muss ich wieder kleben. Der Stein hier ist abgefallen, Jessie. Aber das ist eine ganz tolle Idee. Und der Pinguin ist echt putzig. Ich glaube, der ist aus dem Set von dem Mama Elephant, kann das sein. Sehr süß. Da muss ich auf jeden Fall das Steinchen gleich reparieren. Ja, okay. Ich brauche das Stemmeset definitiv. Du bist schuld. Ich hatte es letztens schon im Auge, aber tatsächlich wieder aus den Augen verloren. Der ist aber auch eine tolle Idee. Ne, einfach so weiß und dann einen Streifen. Ich glaube, das werde ich mir ein bisschen abgucken. Wobei ich aktuell nicht zum ADCs komme, zum Basteln. Aber irgendwann wieder. Oh. Schön koloriert. Ich wünschte, ich könnte so kolorieren. Ich denke an dich. Oh. Süß. Also ich finde alle Kärtchen traumhaft schön, ne? Nur so nebenbei. Och, die sind ja auch knuffig. Simpel. Aber genial. Ganz ehrlich. Ich finde die genial. Mit so einem Holo-Sternchen. Also ich finde die echt schön. Die ist echt schön. Nein, wie cool. Die ist echt der Hammer. Die ist ja genial. Die hat sie mit, das war mein anderes Handy, die hat sie mit so einer Tackernadel gemacht, da rangeklebt und als Haken. Was für eine geniale Idee. Also das ist, und so schön koloriert. Guck mal. Ich könnte das gar nicht. Das ist aktuell, ja, die schönste Karte. Also das ist absolut mein Verruf. Wie gesagt, ich mag jede Karte, ich liebe es. Aber die ist mein Favorit. Oh, wieder eine aus dem Stimmelset. Okay, ich brauche das jetzt definitiv. Ach, oder sehr süß. Passend zu der Reihe, ne? Ha, haben wir die nächste. Die klebt wieder ein bisschen. Och, die ist ja cool. Hallöchen. Jetzt haben wir noch zwei. Und dann haben wir es schon. Oh, wie cool. So schön bunt. Fang mich. Ja. Spiel ich auch. Fast täglich mit meiner Kleinen. Nee, wirklich. Gerade wenn mal Haare kämmen oder so. Macht es ihr Spaß, wenn sie da vorne rennt. Und ich fange sie dann halt. Ob das jetzt richtig ist oder nicht. Sei immer dahingestellt. Ja. Aber ich bin in Schnatterlaune. Ich muss unbedingt wieder eine Seite im Kreativalbum machen, dass ich wieder schnattern kann. So. Letzte Kärtchen. Sehr süß. Also, ich finde alle toll. Aber die ist der Oberhammer. Ja, das war's. Bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich Tschüss. Wünsche euch eine schöne, kreative Zeit. Und bleibt gesund. Bye, bye.